Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so einen normalen Lichtschalter hier gegen so einen Dimmer bzw. Dimmschalter tauschen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Da wir hier an einer elektrischen Anlage arbeiten, müssen wir unbedingt einmal die 5 Sicherheitsregeln einhalten. Und wenn dann das Ganze vom Stromnetz genommen und somit auch spannungsfrei ist, dann schauen wir uns mal noch einen vereinfachten Schaltball an, was wir jetzt genau ändern müssen. Im Moment kommen wir mit einer dreiartigen Leitung, nimm 3x1,5mm² zu unserem Lichtschalter und von dort aus geht es direkt weiter mit einer dreiartigen Leitung zu unserer Lampe. Die beiden Neutralleiter sind miteinander verbunden, genauso die beiden Schutzleiter hier und der meistbraune Außenleiter geht jetzt bei unserem Lichtschalter auf der Eingangsklemme L drauf. Dort wird er geschalten und von dort aus geht es bei der Ausgangsklemme, welche mit so einem Pfeil hier gekennzeichnet ist, weiter direkt zu unserer Lampe. Möchten wir den Lichtschalter gegen einen Dimmer tauschen, müssen wir gar nicht so viel verändern, denn wir kommen ebenfalls mit einer dreiartigen Leitung zu unserem Dimmer. Von dort aus geht es weiter mit einer dreiartigen Leitung zu unserer Lampe und die beiden blauen Neutralleiter sind genauso wie die beiden grün-gelben Schutzleiter ebenfalls miteinander verbunden. Das einzige, was sich ändert, ist hier der meistbraune Außenleiter geht jetzt nicht mehr in unseren Lichtschalter hinein, sondern bei der Eingangsklemme, welche mit so einem Pfeil gekennzeichnet ist, in unseren Dimmer. Von dort aus, sage ich einfach mal, wird das Ganze gedimmt und bei der Ausgangsklemme, welche jetzt mit so einem schrägen Pfeil und einer Siedlungskurve gekennzeichnet ist, geht es dann auch schon weiter zu unserer Lampe. Bevor ich es vergesse, mein Leuchtmittel hier muss auf jeden Fall dimmbar sein, was meistens an so einem Aufkleber relativ gut erkennbar ist. Und mein Dimmschalter muss auch unbedingt für LED-Leuchtmittel dann geeignet sein, was bei mir hier jetzt auch recht gut ersichtlich ist. Sonst wird das Ganze am Ende nicht funktionieren und flackert relativ sicher. In der Praxis muss ich erstmal hier die Blende und vor allem auch den Rahmen abmachen. Hierfür gebe ich immer etwas Druck nach vorne, kann dann hier unten nämlich so einen kleinen Spalt machen, wo ich mit einem flachen Schraubendreher relativ gut reinkomme. Und dann lässt sich das Ganze nämlich auch nach vorne hin schon abziehen. Bei mir ist die Wippe jetzt übrigens mit abgegangen. Wenn diese nicht mit abgeht und noch dort drinnen ist, dann die Wippe auch mal hier außen leicht nach vorne geben. Und das Ganze sollte rauskommen. Genauso kann ich den Rahmen danach auch abziehen. Wichtig ist, man sollte hier nicht zu viel hebeln, sondern eher das Ganze nach vorne abziehen, da man sonst hier solche Druckstellen hinterlassen würde. Als nächstes löse ich mal hier oben diese Befestigungsschraube und auch hier unten die Befestigungsschraube. Und dann kann ich nämlich auch schon diesen Einsatz einmal nach vorne rausziehen. Wenn du eine Unterputztose hast, kann es übrigens auch sein, dass du hier zwei solche Schrauben hast. Die musst du einfach mal gegen den Uhrzeigersinn drehen. Und dann werden nämlich die Geralen, die wo innen drin ausgefahren sind, so zusammengefahren. Und du kannst das Ganze auch rausziehen. In meinem Fall ist ja wie vorhin im Schaltband schon erklärt, der grün-gelebe Schutzleiter und auch der blaue Neutralleiter hier schon miteinander verbunden. Weswegen ich diese auch hier hinten in meiner Dose einfach mal lassen kann. Und ich muss mir nur noch hier die zwei Außenleiter mal genauer anschauen. Der meistbraune Außenleiter, welcher hier oben bei L reingeht, ist wie gesagt der meiner Zuleitung. Hierfür muss ich jetzt einfach da oben mal noch draufdrücken, um das Ganze hier rausziehen zu können. Und der Außenleiter hier unten, welcher geschalten weggeht, ist der, der wo zu meiner Lampe geht. Und den mache ich jetzt auch mal locker. Wenn wir das haben, kommt der Außenleiter meiner Zuleitung in die Klemme, wo der rechte Pfeil nach oben in den Dimmer hineinschaut. Und ganz rechts drüben kommt jetzt der Außenleiter zu meiner Lampe hin. Und zwar genau da, wo das Zeichen mit diesem Querpfeil und der Sinuskurve ist. Natürlich muss ich das Ganze anschließend auch noch hier verschrauben. Da nun alles richtig verdrahtet ist, kann ich meinen Einsatz mal hier bei den Befestigungsschrauben entsprechend hineingeben. Und dann natürlich auch am besten mit einer Wasserwaage oder mit den entsprechenden Linien hier ausrichten. Und mit diesen Schrauben noch schön festmachen. Bei einer Unterputzhose haben wir wieder dasselbe Spiel wie beim Lichtschalter zuvor auch. Entweder ich nehme diese zwei Gewinde hier zum Befestigen hier. Oder ich kann bei meinem Dimmer einmal diese zwei Schrauben im Uhrzeigersinn drehen. Und somit spreizen sich die Krallen in der Unterputzdose und das Ganze hält anschließend bombenfest. Jetzt kann ich aber erst einmal den Rahmen auf meinen Einsatz drauf geben. Und dann mit diesem Sicherungsring noch etwas drauf drücken und anschließend auch fest sehen, dass der Rahmen natürlich auch fest sitzt. Und zum Schluss hier noch diese Blende vorne einfach drauf geben und der Dimmer ist auch schon dran. Meine Anlage steht wie unter Spannung, deswegen ich das Ganze jetzt einmal ausprobiere. Und ich denke man kann relativ gut sehen, der Dimmer funktioniert auf jeden Fall. Und das Ganze flackert natürlich auch nicht. Und somit haben wir jetzt auch schon einen einfachen Lichtschalter gegen so einen Dimmer hier ausgetauscht. Wenn du für zu Hause jetzt übrigens ein Dimmer, ein dimmbares Leuchtmittel oder auch eins der verwendeten Werkzeuge aus dem Video zulegen möchtest, dann einfach mal unter dem Video in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken. Und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.